Jetzt, äh... Zeus können wir mal bannen, wenn ich Techie spielen muss, dann, ähm... Nein, Zeus ist noch dran. Oh, hier we are. Gott, wer Leute, ey. Komplettes Team. Au, jetzt müsste ich mal gucken, was die anderen sind, die müssten auch ein komplettes Team sein. 15, 98. 88, 15, 15. Dreimal 15? Ja, das ist mir drin. 10 Sekunden. Das ist Klopp. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des GmbH im Auftrag des WDR GP? Hm. Ich muss eh noch ein paar Worts platzieren. Wäre also nicht schlecht, wenn ich gewinne. 1100 Sieger. Ach du Scheiße. Mindestens 2200 Spiele. 2300, 2400. Irgendwie sowas. Ah. Okay. Oh, da hat er noch einen Skin für Putsch, den ich gerade... ... ohne ist. Hell no. Oh. If you want Explosions... ... except no Substitutes. Come on! Prepare to make way! Who made you Captain? It's pronounced Admiral. ... 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 teil ... ... ... ... Schön versteckt. Vielleicht kriege ich ihn dann, wenn er auf dem Weg zum Brunnen ist. Das wäre echt witzig. Ich muss halt nur aufpassen, dass er mich nicht erwischt. Und mir fehlt Geld und Mana. Also. Schön hinten bleiben. Ah komm, ich brauche auch ein bisschen Last Hits. Schade. Ich brauche ja auch ein bisschen Level. Mal schauen. Der Scheiß-Soldering ist wahr. Scheibenkleister, klar. Ich kann ja mir die Runen holen. Ach, dang it. Ich kann es vergessen. Bitte, 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 lass den. Lass den in meine Bombe laufen. What the heck? Und ich hab's just Crawford. Okay Nein, 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 nein Ich muss da raus Achso, ich brauche irgendwo mein Gold Das Prophet ist hier Nicht gut So Okay Nein, nein, ah, die sind schwierig zu stecken Oh, ja Bin auch im falschen Jungle unterwegs What the heck, warum ich greife mich auf einmal an? Bin ich so dicht an den vorbeigelaufen oder was? Jesus Ähm Jetzt dürft ihr mir gerne folgen Nein Oh, komm, es ist doch nicht so schwer, mich zu verfolgen, oder? Okay Okay Shadow ist da... bisschen doof... Moment, die ist schon Level 6? Hä? Was ist die eine Treppe, äh, die eine Dings an der... Habe ich ja. Von daher... Oh, meine... Schön. Schön. So, einmal hinter den Baum, dass das kein Schwein findet. Dang it. Leicht Scheiße passiert, die Bombe. Habe ich mir zur Überbrückung noch Clarities holen sollen? F***. W***. Ja. W***. Tauern ab! W***. 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 Oh, ich bin der Fall. Oh, ich bin der Fall. Ich bin der Fall. So, dann wäre er doch mal so geworden. Hallo? Was denn? Was zur Hölle? What? Der war noch nicht schlecht. So, also... Your middle tower is under attack. Good plan. Okay. Unsichtbare Shadow. Das Camp immer noch nicht. Ich sollte gucken, dass ich Camps öfter stecke. Jetzt darf ich die halt nicht in die Richtung ziehen. Wäre halt doof, ne? Und... Los geht's. Schön sichtbar. Was zur Hölle ist denn ihr Problem? Die wollen einfach nichts mit. Zwei Mal bin ich schon gestorben. Off we go! Was denn da da war? Was denn da da war? Was denn da war... Tod ja Los geht's. Was denn da cremris Mas Paige? Das Bei irgendwas. Der ist aber auch nicht. Klarity für den Fall der Fälle. Das ist gut, dann können wir, wenn er nicht aufgeräumt hat. Wir gehen, wir gehen! Gees. Sie sehen, dass sie deine Bottom Tower attackieren? Radiant fortified ihre Strukturen. Attacke die Heroes! Zu den Fällen mit deiner Bottom Tower! Wo ist er? Da kann ich keinen setzen. Okay. Ja, das Problem ist, ich komme einfach nicht dazu. Wo ist er? Ich bin der Fälle. Die Bottom Tower ist aufgeräumt. Die Bottom Tower ist unter der Tat. Was ist er? Hm. Ja. Junge. Kann auch nicht alles machen. Oh. Ja. Ja, gut. Ja. 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 Oh, shit. Ich bin das, was wir machen? Ja. Schön. Hehehe, hehehe. Jund. Du hab das vor. Du, was sollst du auch laufen? Ja, dass du das vor erntest. Du, was du vor woher ist. Du, was du mit den Hosen hat. Was war das? Ich habe nichts gesehen. Das ist nicht gut. Ja, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich habe nur nicht genug Farm gehabt, als dass ich da... Sentry Boards habe ich auch noch. Ich habe nicht genug genug. Ich bin auch gelaufen. Ich bin auch gelaufen. Ich habe nicht gelaufen. Was denn Glück ich da gehabt habe? Ja, ich kann doch nicht mehr als weglaufen. Ich weiß nicht, dass wir die Bühne sind. Sie versuchen, die Bühne zu entfernen. Wir leben, oder wir leben? Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist echt ärgerlich, dass das nicht vorangeht. Das ist ein leicht problematisch hier. Die Bombe braucht ja so lange, wenn wir das mal wieder. Die Bombe braucht ja so lange, wenn wir das mal wieder nehmen. Die Bombe braucht ja so lange, wenn wir das mal wieder nehmen. Die Bombe braucht ja so lange, wenn wir das mal wieder nehmen. Ich kann nicht. Ich hab kein Mano. Okay. 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 Jaxt Come on are we getting Come on Das ist echt ein Problem, so kann ich nicht. Ist das Shadow? Ja, schon doof. Blink, so. Level 2-Bereich, schade. Oh, wo ist er? Hat schon bessere Spiele gehabt. Ja, ich weiß, ich hab ihn gesehen und gehört und alles. Wow. Okay. Irgendwer ist da. Wer auch immer da ist. Let's just go for the top. Die können doch gar nicht so viele Wards haben. Meine. Set. Clever. Okay. Oh, der hat mich gesehen, wie sieht der mich? Oh, das ist gut. Unstoppable! Triple kill! Das ist der Prophet. Wacken! Ultra kill! Down we go! Down we go! Down we go! I gotcha. Top barracks under attack! Ow. Hm. No, 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 no. Monster kill! Das Problem ist bei uns einfach, wir kommen gerade nicht voran. Das Problem ist, wir sehen uns auch nicht. Max Level. Oh, Ursa haben sie in der Falle. Okay. Nicht schlecht. Ah. Nicht, ich hätte einen Blastoff benutzen wollen. Scheiße. Blastoff hätte ich ihn wenigstens betäuben können. Dang it. Wie hat der Kerl mich gefunden? Irgendwo steht ein Ward. Das ist sicher wie der Arm in der Kirche. Wahrscheinlich hier irgendwo. Aber wo haben die die ganzen Wards her? Wir haben doch schon so viel gewarded. Die Ulti kam eigentlich auch zu schnell. Oh, okay. Ist hier irgendwo ein Wort? Oder hat er mich tatsächlich nur per Zufall aufgegriffen? Junge, jetzt gibt's Kohle. Fünfer Region ist zwar nicht hoch, aber das passt schon. Und für anderem dafür ist dann auch die Lens, dass ich das besser hinkriege. So, ne 13 Erregung. Scheiße. Scheiße. So. So. Hm. Hätte ich jetzt auch eingesetzt. Was dann? Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich muss... Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich bin drin. Was ist das? Was ist das? Top barracs under attack! Wt de heck? Oha! Ja Okay. Endlich klappt noch was. 4, 7, 5. Ist doch schon mal nicht schlecht. Wo können die denn hier bitte noch sehen? Es kann nicht sein, dass sie da noch sehen können. Ich hoffe, dass bei den anderen, die können da noch sehen. Okay. Das kann ich mir schon sagen. Wir gehen! Wir gehen! Sollen sie es jetzt mal probieren. Und dann werde ich auch hier noch Dings reinsetzen, Minen. Weil Gucke mal. So, jetzt wird es interessant, wenn ich hier alles für Nature's Profit vorbereite. Dann wird es interessant. Welches Profit wird sich da erst mal nisch bewegen können? Das wäre so der Plan, oder? Vielleicht jetzt noch ein bisschen... Okay. Dann um den Tower drumherum. Shadow Shaman ist... Und dann werde ich dasselbe noch mal unten auf Bord machen, weil da sind er auch schon dran. Dann setze ich halt noch ein paar Bomben auf Bord. Das war zwar nicht das, was er gemeint hat, aber das, was ich gedacht habe. Und das Geile ist mit der Range. Wunderbar. There goes the enemy's bottom tower. Holy shit! Bottom, okay. Haben sie also bekommen. So, soll Nature's Profit mal herkommen? Tower kill. Holy shit! Holy shit! That will kill! Tower kill. Auch nicht schlecht. Come Nature's Profit. Versuch's. Ups. Was zur Hölle? Will man noch nicht genug Mana Regan? Im Ernst? Okay, ein Schein. Unser Scheinlein. Battle Fury of Slaughter? Okay. Theoretisch kann ich jetzt... Soll Nature's Profit nur herkommen? Oh, wirklich was zum... Nur wegen Bäume... Zack, Huxeln. Was ist denn jetzt? Okay, ich arbeite jetzt am... Top Tower. Ach, Tower stimmt. Tower kann ich ja auch angreifen mit meinen Bomben, ne? Da war ja was. Und... Na, noch nicht. Ich könnte den ganzen Weg von denen hier mal... Wow! Okay. Scheiße! Im Ernst jetzt? Invisibilität. Okay. Mist. Kann ich ein paar Wards bekommen? Nein, nur einen. Das wird jetzt langsam schwer, das alles unterzubringen. So ein Mist. Ich muss mal was beenden. Ähm. So. 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 So kann ich das auch schwer gewesen. Ah, so ein Mist. Im Ernst jetzt? So. Nein. Er geht nicht so schnell da hoch. Du bist sicher? Verröschte dich? Verröschte dich. Dein Steckkopf besteht ein Borgang. Radiant Strukturen fortified. Dein Steckkopf ist einfach schwer. Was hat ja los? Hier liegt ein Fall. Oh, da bin ich da drin. Ah. In place. Sni-hiki. Die Enemies' tall tower has fallen. Ha ha ha, sie sind in ruff waters, jetzt. Ah. So, und da sind noch hin. Uhhhh. Ähm. Ja. Es gibt schon Sinn, wenn ich mal raffaue. Ja, das ist ein Doppel-Spray. Doppel-Spray. Like a tree. Doppel-Damage. Ha, ha, ha. Auf we go. Okay. Ich muss eigentlich mal wieder einen Wake killen. Ah. So. Gut, war nicht optimal gelegt. Ich müsste den Jungle... Okay, ich dachte, das wäre ein Gegner hier gewesen. Äh? Das wäre natürlich, ähm... Echt doof gewesen. Fun! Ah. Oh. Smoke of Decent find ich eigentlich nicht. Wuhu. I like it! Ähm... Keine Ahnung, werfe ich mal hier eine hoch, dass ich da sehe. Bisschen versteckt. Was? Bisschen auf Travel, okay. Was heißt? Er will... Okay. Killing spree! Double kill! Oh. Off we go! They're trying to break your middle tower. And what trap is that? Oh, ho, ho, boy. Your middle tower has fallen. Your middle barracks are under attack. It's not time yet. Your middle barracks have fallen. Däh- Oh, ho, 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 ho. H-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Ja, da war recht. Ich hätte da tatsächlich mal Grüne hinsetzen sollen. Da sind die ganzen Unsichtbaren weg. Oh, ich muss erst mal hier auf genug Mana Regen kommen. 20er Regen und ich schaffe es einfach nicht, auf grüne Bomben zu kommen. Ah, 5.300. Shut up! Ah, fresh mate! Oh, not for Regen. Ah. Ja, ja. Ich dachte, das wäre eine... Ja, okay. 20 Regen. Mittlerweile hoffentlich genug. Hm. Oh. Oh. Kampf oben im Jungle. Da werden die anderen sich freuen. Oh. Schade. Die lassen sich nicht in weitere Minen von mir reinleiten. Äh. Äh. Wo ist er? Ja. What? Nein. Hier sind doch alle da. Hier auch. Der hat es nicht versucht. Komisch, dass er es nicht versucht hat. Ja, ich habe doch die eine Welle gekillt gehabt. Das Problem ist, ich kann mich weder verkaufen noch... Na ja. Na ja. Ich hätte einfach nur den Weg zu setzen sollen. Dang it. Ich hätte einfach nur den Weg zu setzen sollen. Das Problem ist, die Grünen laufen eben ab. Let's go! So. So. Sollen sie auf die Ecke mal kommen. Science! Top of Duty! Was ich noch gerne machen würde, wäre hier mittig ins Aegis rein. Einfach nur... Welcher, aber... Ich arbeite hier dran. Oh, oh. Das ist schon mal gut. Die Legion ist dankbar. Fass mich! Hm. So. Okay. Das wird schon mal geregelt. Ja. Ja, ich hab's doch. Bin doch dran. Bin doch dran. Einfach nichts mehr. Ja, ich hab's doch nicht. So. Das ist nicht ganz gut. Okay... Langer Weg bis dahin, langer Weg. Langer Weg. Ja, gut, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Ciao.